Warum Gladbach? Warum nicht? Ich freue mich extrem hier zu sein, auf die Aufgabe mit Gladbach hier. Los geht's! Ich freue mich extrem, wenn dann die 50.000 im Stadion sind und uns anfeuern für das wichtige Spiel am Wochenende. Ein geiles Spiel gegen Leos Fusen, kommt gleich ein Top-Gegner. Wir werden alles tun, um zu Hause den Sieg einzufahren. Ich werde alles geben. Ich bin jemand, der kleine halben Sachen macht, der sich immer voll dabei ist und sich professionell verhält. Dann hoffe ich, dass ich viele Bälle für die Borussen abwehren kann und somit auch die Punkte festhalten kann. Hallo Fans! Ich habe gesehen, es war ein kleines Durcheinander mit meinem Namen. Eigentlich spricht man das Omlin aus. In Frankreich war es so, ich habe es schon heute Morgen mit Omlin probiert. Es wurde dann aber Omla, weil es niemand gecheckt hat und ich habe mich dann auch mit Omla vorgestellt. Aber eigentlich heißt es Omlin. Macht's gut!